Wir wollen spielen, lachen und tanzen und einfach nur Kind sein. Basketball ist meine Leidenschaft und Toleranz ist mein Bedürfnis. Glück ist für mich, wenn ich jemandem helfen kann, wenn es meiner Familie gut geht und dass es bei uns keinen Krieg gibt. Home is where you feel happy and loved, no matter where you're at. Gemeinsam sind wir einzigartig. Willkommen in Jemmer!